Wenn ihr so zahlreich erschienen seid hier, die Kerzen niedergelegt habt und gemeinsam mit uns gegen dieses Projekt, zumindest gegen die Rahmenbedingungen, vorgeht. Ich bin auch betroffen, ich wohne in der Zollvereinssiedlung und wir haben ein Grundstück vorne zur Karl-Duisberg-Straße. Wir leben schon seit Jahren mit der Lärmbelästigung und durchgeht Ruhe, soll es jetzt noch immens mehr werden. Die Stadt hat versprochen, dass sie für eine Umgierung sorgt und hat die letzten fünf Jahre geplant, geplant, geplant und hätte diese Umgierung bereits beantragen können. Stattdessen haben sie den Ausbau der Karl-Duisberg-Straße fokussiert und haben meines Erachtens nach die letzten fünf Jahre eigentlich verschlafen. Und genau das wollen wir jetzt nicht unterschreiben. Wir wollen uns nicht durch die Stadt hinters Licht führen lassen. Das Projekt Geht Ruhe spricht eine klare Sprache und da müssen wir uns einfach solidarisieren und müssen gemeinsam auf die Straße gehen. Vielen Dank!